Wenn wir vom Namen Allahs sprechen, dann reden wir nicht nur von einem Namen, zum Beispiel Ar-Rahman. Das Wort Ar-Rahman, damit ist Allah gemeint. Das Wort As-Sami' ist auch Allah gemeint. Aber es sind zwei verschiedene Worte. Und trotzdem beziehen sie sich alle auf das gleiche Wesen, auf Allah. Warum sind das dann zwei verschiedene Worte? Weil diese zwei verschiedenen Worte zwei verschiedene Bedeutungen in sich tragen. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es so, dass jeder Name, den Allah hat, er verdient diesen Namen auch. Und die Bedeutung, die dieser Name beinhaltet, steht Allah subhanahu wa ta'ala auch zu. Die Eigenschaft, die in diesem Namen drin steckt, steht Allah zu. Beim Menschen ist es nicht so. Ich gebe ein Beispiel dafür. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschrieben wird als As-Sami'ah, der Hörende, und wir besetzen es immer als der Al-Hörende, dann ist es nicht einfach so, dass wir sagen, Allah ist der As-Sami'ah und fertig. Nein, wir glauben automatisch daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles hören kann. Das bedeutet, es ist nicht nur ein Name, sondern eine Eigenschaft, die es direkt impliziert, darin beinhaltet. Bei uns ist es anders. Jemand kann den Namen Muhammad tragen, ohne eigentlich zu wissen, was dieser Name bedeutet. Oder jemand kann Ali heißen, und Ali bedeutet der Hohe, und trotzdem kann er zu den Menschen gehören, die am meisten erniedrigt sind. Und jemand kann heißen, Abedullah, und trotzdem kann es sein, dass er nicht an Allah glaubt, und überhaupt nicht Allahs Diener ist, im Sinne von, dass er sich ihm ergeben hat. Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es anders. Dort sind immer die Namen, die Allah zustehen, beinhalten Eigenschaften. Und diese Eigenschaften schreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls zu. Und aus den Namen Allahs können sich Dinge automatisch ergeben. Ich gebe ein Beispiel dafür. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich lage mir mal auf, auf der Seite 559. Also im 12. Vers, im Surat al-Talaq, im 65. Sura, Vers 12, Allah ist es, im letzten Vers, Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat, und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat, und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Wenn wir diesen Vers verinnerlichen, verstehen wir folgendes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass er die Himmel und Erde erschaffen hat. Damit wir wissen, er sagt uns das, damit wir wissen, dass Allah zu allem die Macht hat. Das ergibt sich nämlich daraus. Dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq ist, der Erschöpfer ist, ergibt sich automatisch aus dieser Eigenschaft, oder aus diesem Namen in diesem Fall, die er diese Eigenschaft beinhaltet, logischerweise, ergibt sich automatisch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht hat, so etwas zu tun. Und es ergibt sich automatisch daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala über diese Schöpfung Bescheid weiß. Und zwar besser als jeder andere, logischerweise. Insofern wissen wir, liebe Geschwister, aus einem Namen, oder aus einer Eigenschaft, können sich Dinge ergeben. Automatisch Dinge ergeben. Und Allah lehrt uns dies, wie wir diesen Vers gerade eben gehört haben. Ebenso ist es nennenswert, dass die Namen Allahs nicht von bestimmter Anzahl sind. Das heißt, Allahs Namen, wie viele sind es? Nur Allah weiß das, wie viele Namen es sind. Und der Beweis dafür ist, die Aussage des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, im Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah, er sagte, Allahumma inni abduk wabnu abduk wabnu abduk. Oh Allah, ich bin dein Diener. Und ich bin der Sohn deines Dieners. Und ich bin der Sohn deiner Dienerin. Und in diesem langen Dua, also nicht so lang, aber in diesem Dua, heißt es dann am Ende, as'aluka bi kulli ismin huwalak. Ich bitte dich, bei jedem Namen, der dir gehört. Das ist eine Form von Tawassul, das darf man machen, mit dem Namen Allahs Eigenschaft, darf man Tawassul machen. Ich bitte dich, bei jedem Namen, der dir gehört, sammaita bihi nafsak, den du selbst erwähnt hast. Au ansaltahu fi kitabik, oder den du im Koran, in deinem Buch herabgesandt hast. Au allamtahu ahadam min khalqik, oder den du irgendjemandem von deiner Schöpfung beigebracht hast. Au istta'atarta bihi fi ilmi lgaybi indak, oder, weil ich bitte dich auch, bei jedem Namen, den du im Wissen des Verborgenen, in deinem verborgenen Wissen bei dir, bevorzugt hast. Also den niemand weiß außer dir. Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Verborgenen bevorzugt hat, das kann niemand wissen, weil es eben Teil des Verborgenens ist. Insofern sind die Namen Allahs mehr als diejenigen, die wir kennen. Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi tis'atan watis'in asman inna lillahi tis'atan watis'in asman man ahsaha dekhal al-jannah Allah hat 99 Namen, wer sie auswendig kennt, wird ins Paradies eingehen. Dieser Hadith ist ebenfalls sahih und bekannt, aber dieser Hadith bedeutet nicht, dass es nur 99 Namen sind. Weil wir vorhin gesagt haben, dass es Namen gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala bei sich im Verborgenen bevorzugt hat und die niemand kennt außer ihm. Sondern gemeint ist, es gibt von den Namen Allahs 99 Stück, wer sie kennt, wird ins Paradies eingehen. Ja, das ist damit gemeint. Genauso wie man sagen würde, ich habe 100 Pferde für den Jihad für Sabilillah vorbereitet, so bedeutet das nicht, dass man nicht vielleicht auch 200 Pferde hat. Könnte sein, man hat 200 Pferde. Und genauso ist eben die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu verstehen. Des Weiteren, liebe Geschwister, wenn wir von dem Namen Allahs sprechen, was ist das mit dem Namen gemeint? Ein Name, liebe Geschwister, ist nichts mehr als eine Bezeichnung für etwas. Und deswegen, wenn wir sprechen von einem Namen Allahs, dann meinen wir entweder den Namen selbst oder wir meinen damit denjenigen, der damit gemeint ist. Deswegen also einfaches Beispiel, wenn jemand sagen würde, schlage Seyd, schlag ihn, und jemand würde dann ein Buch herausholen, wo Seyd geschrieben steht und schlägt einmal auf den Namen drauf, dann würde man ihn als verrückt erklären, weil man niemals den Namen selbst gemeint hat, sondern man meinte eigentlich damit die Person, die damit bezeichnet wird. Das ist eine Sache, die wir alle so verstehen. Und ebenso verhält es sich mit dem Namen Allahs sallallahu alaihi wa sallam. Die Eigenschaften, das war, was alles gesprochen ging, über die Namen Allahs. Jetzt kommen wir zu den Eigenschaften Allahs. Die Eigenschaften Allahs sind in drei Kategorien zu teilen. Die erste Kategorie nennt man ذاتية oder auch معnaوية. Die zweite Art von Eigenschaften Allahs nennt man fi'liya und die dritte nennt man khabariya. Und was diese drei verschiedenen Arten sind, würde ich vorschlagen, wir schieben das auf übernächste Woche, insha'Allah, liebe Geschwister, weil das macht jetzt keinen Sinn, dass wir jetzt zwei Minuten anfangen und dann uns der Adhan ertönt. aber ich empfehle jedem auch beim nächsten Mal wieder zu kommen und was zu lernen, insha'Allah, denn es gibt viele Sachen, die wir neu erfahren werden, interessante Dinge, die man vielleicht nicht überall erfahren wird, außer in bestimmten Unterrichten. Wir bitten Allahs. subhanahu wa ta'ala, darum, dass er unsere Taten annimmt und dass er uns den Ikhlas gibt und dass er uns immer dazu führt, dazu leitet, dass wir die Wahrheit über ihn sprechen, denn, liebe Geschwister, das Edelste, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat im Quran, sind Allahs Namen, Allahs Eigenschaften und deswegen verdienen sie am meisten Aufmerksamkeit von einem gläubigen Menschen und ein Zeichen von denjenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht lieben, sind diejenigen, die nicht über Allah Bescheid wissen. Sie lesen zwar im Quran und kennen zwar vielleicht Fiqh und was nicht was, aber über Allah selbst wissen sie nicht Bescheid und dabei ein Drittel von dem, worum es im Quran geht, geht über Allah selbst. Das zweite Drittel, wie die Gedanken gesagt haben, geht über Geschichten der Menschen vor uns und das dritte Drittel geht um die Gesetze. Wir sollten, die meisten Leute vielleicht, die meisten kümmern sich um die Gesetze. Das zweite Drittel, darum kümmern sich vielleicht die wenigsten, da geht es um das, was die Leute vor uns gemacht haben, an guten und schlechten Sachen, sodass wir nicht die gleichen Fehler machen. Und das dritte ist eben die über Allah selbst, dass wir unseren Schöpfer selbst kennenlernen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala ala dhi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.